Ah, jetzt sie dann. Ja, die Nachschubkill, ne? Unglaublich! Rosebud, Rosebud, Rosebud. Hör doch auf! Er hat einen Bulls, einen nach dem anderen! Ah, Jana war gestern, ey. What the? Triff sogar Text mit ohne Zoom, ja. Text hat alle, Text muss, genau. Text hat ne gute Maximumschiff eigentlich, aber... Was, wo ging die Schüsse hin? Sonst wohin, ja. Okay. Ja, alles noch in Ordnung. Ja, Mustard Gas und so. Ja, nice! Ja, oben kann ich und jetzt musst du erstmal Dingens reparieren. Du hast noch eine Runde Zeit für das Gas. Koba ist tot. Oh, pfuh. Ja, dann, passiert. Ist halt jetzt tot. Was ist hier mit dem... Achso, direkt im Gas. Glaub ich. Das war der, der hier vorne... Ja, ja, genau. Da liegt einer. Den soll es vielleicht mal einen einschinken. Ein Stück zurück. Jawohl! Wäre ganz cool, wenn ich den jetzt treffen könnte hier. Aber, ich meine... Das ist schon echt... Dein Lackschuss. Äh, ja. Ich konnte nicht mal in die Nähe, ey. Das wärs die Wesen, oder? Das wäre der Millennium Schuss geworden, ja. Ey, wie krass. Jetzt holen sie ab. Das Schlimme ist ja, du hast ja auch mit der Cobra jetzt verloren, das ist ja nicht so schlimm. Nö. Er war halt echt für nix nüsst, eigentlich echt nix gut, außer Scout. Da ist ne Aktion. Da ist ne Aktion. Da hockt er. Ne, der Spezialist liegt. Auf dem Spezialisten unterwegs. Größter, ähm, Kill-Count. Geht jetzt hier momentan auf Rosebud. Oh no. Das war's dran, ne. Ja, alles klar, wunderbar. Passt. Text, erst mal Text, bevor du mit Rosebud. Ne, Rosebud soll erst mal gucken. Trigeln. Trigeln. Am besten noch Tor getroffen, das wär's. Oh, das war knapp. Schießen hoffen Löcher in die Luft. Oh mein Gott. Tor warten. Du brauchst wahrscheinlich den Interlap, wenn er kommt. Ja, definitiv. Unglaublich. Die können echt nur in der Mitte stehen bleiben, sie haben keine Chance. Ja, die wegen sich aber auch doof, statt jetzt einfach zu stürmen, ne. Naja. Das ist halt immer noch Jagged Allianz KI. Ja. Erst Text und dann wieder. Oder erst Reuters. Der ist im Arsch. Nee. Der ist im Arsch, der kann nichts machen. Achso, ja, dann musst du warten. Text hat die ganze Coke, ne. Oh, wo, wo, wo. Oh. Okay. Oh no. Oh no. Ja, die Klima noch. 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 Oh, Rootalk ist nicht mehr anwesend. Ne. Äh. Vielleicht. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert. Jetzt. Interrupt für Tor. Und Rinder. Ab in den Rücken. Alter. Das Scope, was da drauf ist, ist oft zu finden. Ach, stimmt. Da braucht ein Battlescope da drauf, ne. Ja. Du solltest nachher vielleicht mal tauschen. Mit der Sniper, die ich da hab. Ja. Und du solltest eine andere Muni noch reinmachen. Ja, jetzt, ne. Die war gerüstet. Vielleicht solltest du den nächsten Mal auch gucken, wo die, äh, anarmert sind. Wenn ihn an den Legs nicht hat, machst du mit, äh, HP an den Legs natürlich. Oder er schieß halt mit dem Sniper auf die, ja. Und erst mal, ob die einen Legsarmor hat. No Leggings. Ja, dann, alles klar. Dann weißt du, wohin. Ja. Ja. Besser als, besser als 13. Ist halt immer noch ein Beinschuss, ne. Ja. Oh, Rootalk könnte wieder schießen. Ähm. Das dürfte reichen, ja. Nee, kann ich. Hat er genug? Kann ich. Hat nicht genug. Na ja, er macht vorhin die unmöglichen Schüsse und den trifft er jetzt nicht? Ist so einfach für los, Bad. Äh. Ja, sauber. Ja, das war auch so. Lustig, wie die eine Kugel... Ja, die war echt wesentlich langsamer. Ja. Jawoll. Abgeräumt. Äh, ja. Interrupt für... Kann ich's machen. Ja. Oh, das ist bitter. Ja, gleich ist der Gas wieder weg, ne. Dann sind wir noch saufen, hoffen Leute da. Ja. Ach, scheiße. Lootalk muss liegen. Wegen Bipot. Ja. 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 Oh, ist er dämlich nice. Freed. Ah. Sie ist auch trotzdem geblieben. Ja. Ja. Oh. Stark. Oh mein Gott. Rooskott. Bitch. Auf jeden Fall. er hat gerade minus eins bekommen die sind angeschossen die müssen sich auch denken wer schießt da die ganze Zeit von hinten von sonst wo lag Rilow 61 AP holi shit ja ein ganzes Magazin halt ja ist hier noch jemand unverletzt nö sind alle verletzt ja ne da scheiße den Hällchen Gang den wir schießen können das ist ziemlich gut dass die alle verletzt sind ja auch nichts mit keinem anschließend Ohr singt so ein Strich jetzt noch verletzt und jeder der Tor vor die Flinte rennt auf jeden Fall ist auf jeden Fall tot das war jetzt Prozent nicht so clever die Torhüte Zito er muss sie weg ja Minimum Range und so jetzt kommt die große Nachleiderorgie vielleicht Text und Wunderschuss oder so das war ein Wurfmesser Wurfmesser? ja wie ein Mütteralter oder was? äh die können sehr tödlich sein falls du den Film die Expendables noch kennst ja jetzt hier aber jetzt komm ich kann Bier eingießen und nebenbei Leute töten Torhüte hat einen Max mit Chip gekriegt weil er jemand in die Beine geschossen hat awesome oder? du weißt kein Moon mehr? ja jetzt musst du zwangsweise nur noch das MG nehmen doch er hat was aber er hat in seinem Rucksack stimmt im Rucksack ist Moon aber ne nimm lieber erstmal das Ding da kurze Distanz ist sowieso besser du hast gerade nicht gesucht ach du konntest nicht so nix passiert ist auch nicht besser siehst du auch schon fast tot ey wie weißt du die Droge jetzt ist von den Drogen hm jawohl ihr wisst ja alle macht den Dro- äh keiner macht den Drogen keiner macht mir Drogen keiner macht mir Drogen super die Chamber ist empty die Chamber ist empty ach du hast übrigens ein blutiges Wurfmesser jetzt in deinem Inventar weil du eins bekommen hast lol nice gimmick du kannst zurückwerfen so wie bei Call of Durchfall in Modern Warfare ja die alte hockt zu lang jaaa minus 9 geht noch der braucht eh Kreper der brauchst sowieso Kreper ja aber er muss hier weg ja dann damit die sich noch ein Stück vorbewegt und in Thorsflinte rennt ja wieso schießt du mit Rosebud und text eigentlich nicht mehr sehr 2 won weil die Schlangen nicht mehr getroffen haben ja erstmal anzoomen da hier Junge auch als Stasi ja lucky lucky ja ne dann sieht nix ähm shit das mit Thoma nachladen er hat 2 Schuss am Stopp ja jetzt Tor auf dem Torso aber ab dafür nooo ja so akkurat die Ayana Waffe ist das nicht eicht was minus 63 und steht noch ja das stimmt wir hatten aber auch schon mal minus 375 als einer vom Dach gefallen wurde nachdem er von einer Granate getroffen wurde ja die verbluten alle du hast immer noch Senfgas da liegen ne der Baum dampft hartnäckiger Shit der Baum dampft so jetzt ey oh nooo ja die Waffe ist schon ein bisschen umständlich ne ja in den richtigen oh what der da ist nur Trängas oh shit du hast gar nichts anderes Wurfmesser Wurfmesser er hat wisdom verloren er kann nichts machen er hat wisdom verloren Thor hat wisdom verloren ja der kippt ja ja er hat nur 92 wisdom das geht eigentlich noch er muss sich selber jetzt verarzen auf jeden Fall ne dann Blutog muss hier muss er muss klären er muss klären er muss klären ja unglaublich unglaublich der Typ oh no oh no 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 oh minus 3 nur alles klar ja aber es läppert sich ich glaube ich habe gerade Post bekommen ich glaube ich habe gerade Post bekommen ich glaube ich habe gerade Post bekommen ja jawohl so Tor ist verarztet echt ein tough battle hier das muss ich nur noch sagen ey also ist das auch gerade zum jawohl es gibt ich sage mal bitte triff oh noo 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 Das sind die unmöglichen Schüsse, die jetzt kommen müssen. Meine Fresse, ich bin heute wieder gefragt. Kannst du das Wurfmesser nicht vielleicht zurückwerfen? Junge, der kann gar nichts machen. Ich krieg dir den Runde ein paar Schüsse im Kopf. Rosebud, trifft er die Alte? Nein! Der denkbar schlechtes Moment, um eine Knarre zu jammen. Der verblühte zuerst, ne? Der Tor ist schon unansprechbar jetzt. Äh... Oh! Danke, ey. Kann einer von dir noch... Erste Hilfe? Ich hoffe. Das war's noch nicht? Nein. Ach, er liegt da noch, der Typ da. Er stoppt. Ja, du musst ihn erschießen lieber. Ah! Ja, wie krieg ich jetzt irgendwie der Shit hier? Er hat nichts. Tex hat nichts. Rosebud hat nichts. Ähm, wie kriegst du das Tor jetzt raus? Doch, Rosebud hat nen Kit. Geh mal aufm Inventory-Bildschirm schnell, bevor der dir verblutet. Noo, doch nicht schwimmen. Geh aufm... Obersicht-Screen! Ja, und dann? Dann kannst du die Dinger schieben von dem Tor, oder? Nein. Rosebud muss schnell rüber. Bis dahin ist das Tor verblutet. Nee. Nee. Wie hat er noch? Wie noch? Beil dich, mit Rosebud. Hat der, hat der was da? Hat der Mäh? Nee, er hat nur einen Mäh. Ist egal.